ARD Text im Auftrag von Funk Never have I ever Lupa würde sicher auch ... Du hast überragend mal gesungen. Nicht so schlecht. Du hast mir ein gutes italienisches Lied. Not the magic. So bin ich eben. So, jetzt stelle ich eine Frage. Ihr müsst einfach sagen, habe ich oder habe ich nicht. Das ist ganz einfach. Wie lange darf man überlegen? Ja. Auspiffen? Auspiffen? Noch alle sagen, oder? Auspiffen? Geht es noch? Wieso auspiffen? Man muss ehrlich sein, oder? Ja, wirklich. Ja, du? Ja, als Schulbube. Du bist natürlich IB-Fan. Ja, dann mach ich. Ich habe nie Schweizer Fussball. Kein Kling. Habt ihr schon mal absichtlich jemandem die falsche Telefonnummer gegeben? Ja. Noch nie? Ja, was? Wir sind zu wenig wichtig. Hast du schon mal vorgekommen? Ja. Ich glaube auch sogar. Warum ist er nicht zurückgeschrieben? Nein, ich habe eine neue Nummer. Nein, ich habe eine neue Nummer. Nein, ich habe eine neue Nummer. Ja, ich habe eine neue Nummer. Leck du. Eing und bist du scheinbar. Von laufender Kamera. Das ist ehrlich. Am Arbeitsplatz habe ich angefangen, mit einer Frau angefangen, die am gleichen Ort arbeitet. Also fix. Ja. Fix. Fix arbeiten. Einfach, bist du einmal eingeladen gewesen? Gast gewesen? Ja. Warum? Also das ist ein bisschen später, aber ich höre jetzt dann. Am Arbeitsplatz zu erkennen? Ja. Dann ist es noch nicht geworden, aber ja. Stark. Was? Ja. Ja. Am 30. Juni. Gut. Fasen nicht rein. Einschreiben. Du kannst mal etwas warmes Essen. Hast du einmal in einen Pool gepiselt? In einen Pool gepiselt? Hast du ein bisschen schnell bei mir? Nein, nein, nein. Ja. Ja, ja. Das Kleine, ja. Das Kind, wenn ich nicht mehr will. Du, sicher nicht. Das Kleine. Ja, sicher nicht. Nein, nein. Nein, nein. Nein, 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 nein. Du hast einmal in einer Fernsehsendung gelogen. Glocken? Ich habe immer als erstes in einer Fernsehsendung gelogen. In einer Fernsehsendung gelogen. Ja. War es heute? Dir schreibe ich wieder mal. Danke vielmals für euch. Ehrlichkeit. Glockenzehsendung. Los signalen. Die SNI. Die SNI. Dorts sind schlimm. Glockenzehsendung. Das ist ihm.